Das ist die Hauptsache, weil, äh, das wird jetzt ein bisschen Fußmarsch, wenn wir wirklich da lang müssen. Was ist denn? Das ist wie eine Riesenstiefel. Was ist das? Eine Hühne? Ähm. Was ist das denn? 61, 32? Was? 61, 32? Wo sind wir denn jetzt hier? 61, 32? Ist es der Bunker, wo die von geredet hatten? Die Tür geht gar nicht offen, ne? Boah, Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssten da jetzt rein. Ich, äh, huch. Kommt der Nebel auf einmal her. Was ist das? Ach guck, mir hat jemand gepennt. Aha, sind die Skidinger. Schade, dass man da nicht, einerseits finde ich schade, dass man da nicht reinkommt. Andererseits wird es auch wieder gut. Weil wer weiß, was uns da drin hätte erwartet. Ich will da gar nicht, äh, vielleicht kommen wir auch. Was ist das denn hier? Andererseits bin ich... Ein wenig erleichtert auch, dass wir da nicht reinkommen. Ähm, warte mal. Nein, ich will nicht, nein. So, wir waren da unten gewesen, jetzt gerade. Nämlich hier irgendwo waren wir. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, ich, äh... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist ja auch schon sehr merkwürdig aus mit dem Stein da oben. Dass der gleich runterkommt. Man weiß ja in dem Spiel nicht, ne, was hier so alles passiert. Oh, diese Geräusche. Diese Geräusche machen mich fertig. Ups. Ja, was soll das denn? Was macht das denn noch, wenn das einer sieht? Dusch dich kalt. Hack Holz im Wald. Oder sing ein Lied. Und wo sehen wir denn jetzt? Okay, wir kommen noch nicht mehr zurück. Ist mir auch egal. Ich will erstmal hier lang. Mensch, was soll das denn? Komm, lass das doch. Mensch, wenn das einer sieht. Dusch dich kalt. Hacks holt im Wald. Oder sing ein Lied. Und wir sagen lang. Lang ist's her. Lang ist's her. Was ist das denn da? Eine Höhle? Hm. Hm. Ist bestimmt ne gute Idee, da reinzugehen. Hm. Ja. Bestimmt. Da flüstert mir jemand in das Örchen. Da flüstert mir jemand in das Örchen? Ich will aber gar nicht hin. Ciao. Ich würde gerne wissen, wie ich jetzt, wo ich jetzt gerade bin. Wie und wo ich bin. Und wie ich da in dieser... Quasi wie ich in dem, äh... Zu denen seine Höhle da komme. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Glaube ich zumindest. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Von hier sind wir, glaube ich, damals gekommen. Hm. Da oben waren wir... Doch, da oben waren wir schon, ne? Oder? Ich glaube, ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Boah. Ich bin total überfragt, ob ich hier richtig gehe. Äh. Ich glaube, ja, doch. Ich glaube... So ein Speicherpunkt wäre mal so... Ja, den Zettel kannst du selber, den kannst du in den Haaren schmieren. Hör auf zu wenig, ja, Paras. Ich muss mal, äh... Ich müsste mal... Der Speicherpunkt wäre mal schön, so... Hm... Jetzt pass auf, jetzt gehe ich in die Höhle rein und das war vollkommen falsch. Warte mal, wo müssen wir jetzt lang? Jetzt darf ich nur nicht falsch laufen. Ich glaube, hier ist richtig. Da kann ich mich wenigstens ein bisschen dran... Ein bisschen dran orientieren. Können wir jetzt wieder zum Mittelpunkt kommen? Ja, kommen wir wieder. Sehr schön. Schon mal gut gelaufen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Walking Simulator 2016. Ihr habt richtig eingeschaltet. Walking Simulator. So. Pass auf. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, dass ich... Jetzt gehe ich erstmal speichern. Damit ich da ein bisschen safe bin. Äh, warte. Wo war der... Wo war das... Wo war das Zelt? Stimmt, es ging ja sogar Schnellreise mit dem Zelt. Ne, das habe ich ganz vergessen. Da können wir uns quasi den Weg ja auch sparen. Das habe ich... Das vergesse ich total in dem Spiel. Hey, du ziehst voll das Let's Play in der Länge. Ja, mache ich überhaupt nicht. Oh, Gott sei Dank gespeichert. Weil man kann nämlich hier Schnellreise machen. Pass auf, wir gucken mal. Wir müssen ja... Da hin, ne? 12 oder 13, 82 hier. 14, 83. Das ist hier. 14, 83. Und hier ist ein Dings. Das heißt, wir machen eine Schnellreise mal da hin. Da möchte ich gerne hin. Ja, geil. Cool. Da sparen wir uns nämlich... Ich dachte, der lädt jetzt doch ein bisschen. Da könnte ich wenigstens doch mal eben schnell... Hm, schön. Ja, toll. Okay, so, pass auf. Da ist jetzt die Höhle. Aber da müssen wir nicht rein, sondern wir müssen... Doch, da müssen wir rein. Geradeaus rechts abbiegen. Und dann müssten wir da sein. Ob das so eine gute Idee ist? Wir haben ja... Wir haben ja gespeichert, ne? Wir haben ja gespeichert. War eine gute Idee, hier reinzugehen. Stand da gerade was? Ich hab schon Volliparas. Ich schwöre, ich schwöre, ich reich Rente ein. Ich schwöre, ich reich Rente ein, wenn hier irgendwas passiert. Ich schwöre, ich reich Rente ein. Hä, ist doch falsch. Was war das? Uah! Alter! War ich nicht. Gute Nacht, Willi. Ciao, ciao. Mach's gut, schlaf gut. Hä, wir sollten doch rechts gehen, oder warte mal... Hä? Wieso kann ich denn... Ich weiß gar nicht, wo wir lang gehen müssen. Oder sollen, oder wie auch immer. Weil der Weg zeigte doch rechts lang, oder bin ich jetzt schon wieder... Hä, kommen wir wieder raus? Ich schnall diese Karte manchmal irgendwie nicht. Wenn wir doch jetzt reingegangen sind. Komm, jetzt wieder raus. Dann sind wir doch schon vollkommen falsch. Hä? Ach nee, wir sind hier reingegangen. Ach, wir sind vollkommen falsch. Wir müssen wieder zurück. Nein, jetzt... Jetzt hab ich die Karte geschnallt. Hä, ich komme... Freiheit! Juppi! Freiheit! Ach, ich muss das ja auch so sehen, wie das Zelt steht. Verdammt. Das hab ich total übersehen. Das ist die falsche Höhle. Oder zumindest, das ist die Höhle, nur der falsche Weg. So. Wir sind nämlich jetzt hier rausgegangen. So, das Zelt zeigt ja quasi zu dieser Höhle. So, und wenn wir auf die Karte gucken... Na? Ist hier der Weg runter. Und zeigt quasi hier hin. Wir müssen aber um das Zelt herum und dann da links diese Höhle nehmen. Das heißt, wir gehen hier runter. Gehen dann... Halt, Moment. Hier rechts. Und in die Höhle da hinten müssten wir eigentlich theoretischerweise rein. Dann müsste es eigentlich stimmen. Ja. Das müsste stimmen. Puh. Und dann sind wir richtig. Und dann müssen wir da nur den Landmark finden. Äh. Da komm ich gar nicht rein. Wie komm ich denn da rein? Gibt's hier noch... Moment, hier gibt's noch eine andere Abzweigung. Verdammt. Da muss ich hier einmal rumlatschen. In der Höhle. Na super. Na klasse. Das heißt, es gibt verschiedene Wege. Wo ist denn hier... Warte mal. Wenn das doch der Höhleneingang da... Wo ist denn dann der andere? Es geht einmal... Den Eingang und den Eingang. Aber da müsste der das sein. Wenn wir dann rauskommen... Alles klar. Das war ja der, den wir gegangen sind. Alter, diese Karte. Diese Karte. Das... Da musst du erst mal... Da brauchst du einen Kompass. Der wird zwar gut. Echt. Da brauchst du echt einen Kompass, um die Karte zu verstehen. Ja, ist gut. Ne, da geht nicht hier lang, sondern hier lang. So, dann müssen wir theoretischerweise rauskommen. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Ich will ehrlich gesagt gar nicht hier sein. Schöne Geräusche hier, die vorher nicht da waren. War eine gute Idee. So. Äh. Wir sind rausgegangen und wieder rein. Das heißt, die nächste Abzweigung müssten wir rechts gehen, um hier hinzukommen. Alter. Alter, ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Es ist... Ich hasse Stille. Ich hasse Stille. Wir müssen hier irgendwie rechts abbiegen. Was war das? Mensch, lass das doch. Was soll das denn, Mensch? Wenn das... Einer sieht. Du sch... Tschau. Dusch dich kalt, hackolst im Wald oder sing ein Lied und sagen, lang, lang ist her. Lang ist her. Ich bin doch schon wieder vollkommen falsch jetzt hier, oder? Ich will hier gar nicht sein, ehrlich. Ich will hier gar nicht sein. Ich muss den L... Wo ist der Landmark? Verdammt nochmal. Hier komme ich ja wieder raus. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich irgendwie am Wasser. Dann bin ich jetzt hier. Da bin ich ja schon vollkommen falsch. Das heißt, wieder zurück. Oh, Alter. Da ist offen. Sieht man das auf der Karte irgendwie? Uh. Natürlich nicht. Verdammt, ey. Ich weiß nicht, wo wir uns jetzt befinden. Vor allem, wie schnell wir jetzt von dem Eingang auf einmal hier waren. Das heißt, die Laufwege sind kürzer als wie auf der Karte eingezeichnet. Wer macht hier Feuer? Frage ich mich. Wer zum Teufel macht hier Feuer? Wo müssen wir verdammt nochmal lang? Ohne Spaß. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Aha, jetzt sind wir in der Höhle mit dem See. Okay, da waren wir schon mal gewesen. Ich weiß nicht, was es war. Aber wo sind wir denn dann jetzt? Ich verstehe es nicht. Das müsste mal... Ist das richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass es richtig war, hier lang. Weil hier haben wir den Zettel gefunden. Und der Zettel war hier. Das heißt, wir sind vollkommen falsch. Ach, fuck. Da hätten wir da die Abzweihung nehmen müssen. Das gibt es nicht. Alter. Ich habe so Gänsehaut gerade. Das ist unfassbar. Und es passiert eigentlich im Prinzip momentan noch gar nichts. Das ist irgendwie... Die Erwartung ist so... Hm. Wenn der gleich kommt, springst du vom Stuhl. Und es ist nur Musik gerade am Laufen. Und ich habe total die Gänsehaut. Boah. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Entweder war hier vor kurzem jemand. Oder irgendjemand kann mit Feuer spielen. Wo ist... Oha. Alter. Ich dachte schon. Alter. Mach das nicht nochmal. So. Hier war der Weg mit... No. Vielen Dank.